In diesem Tutorial werden wir uns das Verhalten gegen Plus und Minus Unendlich für ganzrationale oder Polynomfunktionen anschauen. Anschließend bei den schwierigeren Aufgaben werdet ihr auch ein paar Beispiele mit gebrochen rationale Funktionen sehen. Das Verhalten gegen Plus und Minus Unendlich muss man auf zwei Weise beherrschen. Einmal grafisch, also wenn das Schaubild eine Funktion gegeben ist, in der Lage sein das Verhalten abzulesen. Und zweitens rechnerisch, also ohne das Schaubild zu kennen, trotzdem in der Lage sein das Verhalten zu entscheiden. Wir werden natürlich mit der einfacheren Variante anfangen, die grafische. Also, wie kann man das Verhalten gegen Plus und Minus Unendlich anhand des Schaubildes eigentlich ablesen? Dafür habe ich folgende Funktion ausgewählt. In erster Reihe müsst ihr euch ein paar Grundlagen erinnern. Die x-Achse, wenn man sie betrachtet, geht nach rechts gesehen gegen Plus Unendlich und nach links gesehen gegen Minus Unendlich. Natürlich, was die x-Achse kann, kann auch die y-Achse. Allerdings geht sie nach oben gegen Plus Unendlich und nach unten gegen Minus Unendlich selbstverständlich. Wenn wir jetzt das Verhalten gegen Plus bzw. Minus Unendlich für diese Funktion ablesen wollen, dann können wir die Fragestellung auch so formulieren. Für x gegen Unendlich. Das bedeutet, von der y-Achse aus nach rechts gesehen, wohin läuft denn f von x? Naja, um das richtig zu entscheiden, müsst ihr nur auf das Ende der Funktion schauen. Das bedeutet, es ist völlig egal, was mittig passiert. Zählen tut nur dieses Ende und ich glaube, ganz gut erkennbar, die Funktion geht ja nach oben. Das bedeutet, für x gegen Plus Unendlich läuft f von x natürlich ebenfalls gegen Plus Unendlich. In die andere Richtung dagegen, wenn x gegen Minus Unendlich läuft, das bedeutet von der y-Achse aus nach links gesehen, sehen wir das Ende der Funktion hier unten an dieser Stelle. Also die Funktion geht nach unten, entsprechend dann gegen Minus Unendlich. Auf diese Weise kann man immer am Schaubild das Verhalten gegen Plus und Minus Unendlich für diese einfachen Funktionen ablesen. An dieser Stelle noch ein paar schnelle Beispiele für die grafische Betrachtung. Ich habe hier eine Funktion f von x ausgewählt. Als Hilfestellung habe ich wieder dieses Plus und Minus Unendlich eingetragen und unser Ziel ist natürlich zu entscheiden, für x gegen Plus und Minus Unendlich, wohin die Funktion hingeht. Ganz einfach. Wir fangen wieder erstmal mit x gegen Plus Unendlich. Da müssen wir erneut nur auf das Ende der Funktion schauen, hier unten. Und wir sehen ganz einfach, es läuft gegen Minus Unendlich. Und für x gegen Minus Unendlich, also von der y-Achse aus nach links betrachtet, läuft sie ebenfalls nach unten, also auch gegen Minus Unendlich. Gut, damit ich euch an dieser Stelle nicht langweile, weil komplizierter wird es bei dieser ganz rationalen Funktion eigentlich nicht wirklich, versuchen wir sie ein bisschen zu mischen mit anderen Potenzfunktionen. Ja, das sieht deutlich schlimmer aus. Das ist auch eine Potenzfunktion, allerdings eine gebrochenrationale Funktion. Hier wird die Sache ein bisschen interessanter. Und zwar, wenn ihr das Ganze jetzt nach rechts betrachtet, dann merkt ihr ganz einfach, die Funktion geht nicht nach oben und nicht nach unten. Im Gegenteil, sie nähert sich gegen die x-Achse. Die x-Achse, wir erinnern uns, hat das y-Wert, die 0. Das bedeutet, wir werden hier als Ergebnis nicht Plus oder Minus Unendlich haben, sondern wir nähern uns gegen 0. Das gleiche passiert eigentlich auch auf der linken Seite für x gegen Minus Unendlich. Auch hier nähern wir uns der x-Achse zwar nicht von unten, sondern von oben, aber wir können wieder sagen, dass wir uns gegen 0 nähern. Also, es gibt auch solche Funktionen, gut kompliziertere Funktionen zugegeben, wo nicht immer Plus und Minus Unendlich rauskommen muss, sondern auch Zahlen. Und deshalb schauen wir uns hier an dieser Stelle noch ein weiteres Beispiel. Das ist ebenfalls eine Potenzfunktion oder genauer gesagt eine gebrochenrationale Funktion. Hier ist es noch schräger. Wenn man jetzt von der y-Achse alles nach rechts betrachtet, dann nähern wir uns nicht gegen 0 oder gegen Minus oder Plus Unendlich, sondern gegen einen anderen Wert. Ich hoffe, der ist hier gut erkennbar. Ich deute ihn noch mal an. Und zwar, dieser Wert ist Minus 2. Also, das bedeutet, nach rechts gesehen nähern wir uns gegen dieser Minus 2 und nach links gesehen ebenfalls. Also, wir nähern uns auch gegen Minus 2. Gut, und jetzt wird die Herausforderung sein, auch anhand von Funktionsthemen das Gleiche zu entscheiden. Also, wie kann man das Verhalten gegen Plus und Minus Unendlich ohne das Schaubild zu kennen bestimmen oder entscheiden? Dafür habe ich ein relativ einfaches Beispiel gewählt. Und ist ja klar, wir wollen einmal gegen Plus und einmal gegen Minus Unendlich schauen, wohin f und x läuft. Dafür betrachten wir ausschließlich nur den Term in den höchsten Exponenten oder Potenz in der Funktion. Das bedeutet, in diesem Fall wäre das dieser Term hier. Den deute ich mal ordentlich an. Und alles andere ist es so, als würde es gar nicht zählen, als würde gar nicht existieren für das Verhalten gegen Plus und Minus Unendlich. Aufpassen, nicht immer sind die Terme so nach der höchsten Potenz geordnet. Manchmal musst du danach suchen. Okay, es gibt jetzt verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten oder Betrachtungsweisen, wie man dieses Verhalten entscheiden könnte. Die meisten Lehrer sagen an dieser Stelle, ja, stellt euch für x eine sehr große Zahl vor und entscheidet, wohin die Funktion läuft. Ist ja auch richtig. So macht man es auf dem klassischen Weg. Allerdings gibt es noch andere Möglichkeiten, die ein bisschen einfacher sind an dieser Stelle. Statt uns jetzt für das x eine Milliarde oder zehn Milliarden vorzustellen, können wir uns einfach nur in Hinsicht auf Plus und Endlich eine positive 1 vorstellen. Also einfach die Zahl 1 im positiven. Und dieser 1 werden wir jetzt gedanklich hier für x oben einsetzen und schauen, was für ein Vorzeichen unser Ergebnis hat. Also es ist nicht wichtig, was für eine Zahl herauskommt, sondern es ist nur wichtig, welches Vorzeichen diese Zahl hat. Die sagt uns dann bei Plus, ob es Plusunendlich ist oder bei Minus, ob es Minusunendlich rauskommt. Also wir setzen die 1 oben ein, dann haben wir 1 hoch 4, das ist natürlich 1, ist eine positive Zahl und die 0,5 vorne ist auch eine positive Zahl. Plus mal Plus ergibt Plus. Aus diesem Grund geht die Funktion gegen Plusunendlich in diesem Fall. Genau so ähnlich kann man es auch für x gegen Minusunendlich machen. Wir stellen uns statt Minusunendlich jetzt vereinfacht hier eine Minus 1 vor und die setzen wir auch oben für x ein. Und wir erinnern uns, wenn wir Minus 1 auf 4 nehmen, also 4 ist eine gerade Hochzahl, dann kommt auf jeden Fall wieder was Positives raus und 0,5 ist immer noch positiv. Plus mal Plus ergibt wieder Plus. Also auf beiden Seiten wäre in diesem Fall Plusunendlich. Schlussfolgernd will ich nur kurz darauf hinweisen, es ist sehr wichtig, dass ihr euch an ein paar Potenzgesetze erinnert. Und zwar hier als Beispiel, wenn man die Minus 1 eine gerade Hochzahl nimmt, dann wird diese Minus 1 immer zu einer Plus 1 und das gilt natürlich nicht für die Minus 1, sondern für alle negativen Zahlen. Und wenn die Hochzahl ungerade ist, dann bleibt auch das Ergebnis negativ. In diesem Fall bleibt die Minus 1 eine Minus 1. Das ist sehr wichtig, dass ihr das bei der Potenzregel nicht durcheinander bringt. Zur Überprüfung, ob wir richtig entschieden haben, schauen wir uns noch das Schaubild dieser Funktion an und tatsächlich, wir können das ganz locker erkennen, auf beide Seiten geht es nach oben, also gegen Plusunendlich. Und jetzt noch ein paar rechnerische Beispiele. Als erstes diese Funktion. Selbstverständlich wollen wir das gleiche entscheiden wie vorher. Mit der gleichen Taktik vorangehend identifizieren wir immer den Termin der höchsten Potenz. Das ist in diesem Fall dieser Minus 1 Drittel x hoch 3. Es ist sehr wichtig, dass ihr diese Konstante da vorne mitnehmt, samt Vorzeichen. Und für Plusunendlich stellen wir uns wieder vereinfacht vor eine positive 1. Wir setzen die 1 für x ein. 1 hoch 3 ist 1, also wieder positiv. Aber der Vorfaktor ist negativ. Minus mal Plus ergibt Minus. Aus diesem Grund ist unser Ergebnis hier Minusunendlich. Wenn wir das Ganze für x gegen Minusunendlich betrachten, stellen wir uns natürlich eine negative 1 vor oder eine Minus 1. Wir setzen jetzt oben die Minus 1 ein. Minus 1 hoch 3 bleibt Minus 1 und aus diesem Grund Minus mal Minus ergibt wieder Plus. Also, nach links gesehen läuft die Funktion gegen Plusunendlich. Ich wollte schon am Anfang darauf hinweisen, es gibt für das Verhalten gegen Plusunendlich bzw. Minusunendlich noch eine andere Schreibweise. Es kann sein, dass ihr im Unterricht auch das gesehen habt. Deshalb will ich es an dieser Stelle kurz erwähnen. Also, man kann das Ganze auch mit Hilfe von Limes hinschreiben. Limes ist die latanische Bezeichnung für Grenzwert, also für Grenze bzw. und in Mathe benutzt man es für Grenzwert. Und das bedeutet in diesem Fall Limes gegen Plusunendlich von f von x. Ich schreibe nur von oben ab, geht gegen Minusunendlich, also die Entscheidungsregel ist die gleiche, nur die Schreibweise ist eine andere und für x gegen Minusunendlich geht die Funktion gegen Plusunendlich. Also, beide Schreibweisen sind zugelassen und akzeptabel. Nehmt am besten das, was eure Lehrer benutzen. Für unser zweiten Beispiel habe ich diese Funktion hier ausgewählt. Und bevor wir mit diesem Verhalten gegen Plusunendlich anfangen, sollten wir hier ein bisschen Vorarbeit leisten. Wir können nicht direkt entscheiden, was der Termin der höchsten Potenz ist. Das bedeutet, wir sollten erstmal diese Klammer hier auflösen, damit wir klar und deutlich sehen, was Sache ist. Also, wenn wir das Ganze ausmultiplizieren, bekommen wir dann an dieser Stelle 2x auf 4 und x² mal minus 1 sind natürlich minus x². Und spätestens jetzt könnt ihr problemlos entscheiden, welcher Term die höchste Potenz besitzt. Natürlich ist das dieser 2x auf 4. Und jetzt wieder mit unserer Taktik von vorher. Für Plusunendlich setzen wir eine 1 ein. Wenn ich für x eine 1 setze, dann kommt insgesamt was Positives raus. Ich glaube, ganz gut erkennbar. Und wenn ich für das x jetzt, für x minus nenne ich eine minus 1 ein, dann habe ich minus 1 auf 4 ist wieder 1, also wieder positiv. Und Plus mal Plus ist wieder Plus. Also, so einfach ist es, wenn man die Klammer auflöst. Im nächsten Beispiel habe ich eine Potenzfunktion ausgewählt, wo auch negative Hochzahlen oder Exponenten auftreten. Allerdings interessieren sie uns hier an dieser Stelle nicht wirklich, weil es ist ja klar, die 2 ist eine größere Hochzahl als die minus 3. Das bedeutet, der Term mit der höchsten Potenz ist dieser hier. Und auch hier wird es so aussehen, wenn wir für x einmal die 1 einsetzen, dann kommt wieder was Positives raus. Und wenn wir die minus 1 für x einsetzen, minus 1 auf 2 ist wieder 1, 1 mal 2 sind 2, also wieder was Positives. Also in diesem Fall hat dieser Term in der negativen Hochzahl überhaupt keine Rolle gespielt. Ein bisschen anders sieht es im nächsten Beispiel aus. Und zwar, wenn man nicht genau hinschaut, merkt man hier zu sagen, dass der Term in der höchsten Potenz dieser x hoch 3 ist. Aber das stimmt so nicht, weil wenn wir uns ein bisschen an ein paar Potenzregeln aus der 8. 9. Klasse erinnern, dann solltet ihr noch wissen, dass man diese Art von Terme, wo x unter dem Bruchstich steht, auch nach oben ziehen kann. Und wenn man diese Terme nach oben zieht, dann ändert sich bei dem Exponenten das Vorzeichen. Also entsprechend wird aus der x hoch 3 eine x hoch minus 3. Und den hinteren Term natürlich mit x abschreiben. Und wenn wir jetzt nach dem Term mit der höchsten Potenz suchen, dann ist dieser Term natürlich das x hoch 1, was hier hinten steht, beziehungsweise genauer gesagt minus x hoch 1. Also, dann spielt dieser 2x hoch minus 3 mal wieder keine Rolle. Wenn wir jetzt eine 1 einsetzen für plus und endlich, dann haben wir 1 hoch 1 sind 1, mit dem Minus davor minus 1. Also es kommt minus und endlich raus. Und wenn wir jetzt eine minus 1 einsetzen für x gegen minus und endlich, dann haben wir minus 1 hoch 1 sind minus 1. Mit dem Minus davor minus minus ergibt plus und endlich. In der Kategorie Schlimmer geht es immer, ist es schließlich Mathe. Gehen auch noch folgende miese Aufgaben, mit dem ich diesem Tutorial dann auch abschließen möchte. Als erstes, f von x ist gleich minus 1 durch x hoch 3. Gut, wir haben eigentlich vorher schon gesehen, wenn man x unter dem Bruststich hat, sollte man das Ganze ein bisschen umformen. Entsprechend hätten wir dann minus 1 mal x hoch minus 3. Ja, die Frage ist, was ist der Term hier mit der höchsten Potenz? Naja, dieser bestimmt nicht. Terme mit negativen Hochzahlen kann man vereinfacht gesehen einfach ignorieren. Das bedeutet, der Termin der höchsten Potenz ist eigentlich eine 0 mal x hoch 0 hinten, eine unsichtbare. Und zwar wieso? Die x hoch 0 ergibt eine 1 und 0 mal 1 ist 0. Also kurz gesagt ist der Termin der höchsten Potenz einfach dieser 0. So, wie sieht es aus mit dem Verhalten gegen plus und minus und endlich? Naja, hier haben wir kein x, wo wir wirklich was einsetzen können. Keine 1 und keine minus 1. Das bedeutet, diese Zahl, dieser 0 ist auch unser Ergebnis beziehungsweise auf beide Seiten unser Verhalten gegen plus und minus und endlich. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an einer unserer ersten grafischen Beispiele. Das war dieser hier. Das ist jetzt die passende Funktion dazu. Also, wir sehen auch anhand des Schaubildes, auf beide Seiten nähert sich die Funktion gegen 0. Genauso ähnlich sieht es auch bei unserer letzten Beispielaufgabe. Wir haben da 1 durch x² minus 2. Wenn wir das Ganze umformen, haben wir auch hier x hoch minus 2 und da nochmal minus 2. Und der Termin der höchsten Potenz ist natürlich dieser minus 2 hinten, weil auch die besitzt eine unsichtbare x hoch 0. Und 0 ist wieder höher als minus 2, als Exponent oder Hochzahl. Deshalb betrachten wir eigentlich nur dieser minus 2. Und auch hier haben wir nicht die Möglichkeit, eine 1 oder minus 1 einzusetzen. Deshalb ist das Ergebnis auf beiden Seiten minus 2. Auch diese Funktion haben wir bereits grafisch betrachtet. Das war dieses Schaubild für F1x, was wir am Anfang gesehen haben. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Wenn ihr dieses Thema noch ein bisschen vertiefen wollt, kann ich das Verhalten gegen plus und minus nenne ich für gebrochenationale Funktionen, sowie für exponentielle Funktionen, genauer gesagt die E-Funktion empfehlen. Auf jeden Fall beide sehr wichtig für die Abituprüfung. Und wenn ihr im Grundstudium seid, die Grenzwertbestimmung bzw. die Konvergenz von Folgen ist natürlich auch von großer Bedeutung. Wenn Bedarf Tutorials zu alle dieser Themen findet ihr gleich im Abspann.